Ich glaube, es trifft da keiner in der Schulter, weil wir beide zum Ball gehen. Ich habe auch wirklich laut gerufen, das haben auch die anderen gesagt, weil er genau in meine Richtung kam. Ich komme natürlich aus vollem Lauf und sie kommt dann irgendwie von der Seite. Ich habe sie überhaupt nicht gesehen. Ich dachte auch eigentlich die ganze Zeit, dass es eine Frankfurter Gegenspielerin gewesen wäre. Aber ja, ich glaube, da kann man keinen Vorwurf machen. Wir haben beide gesagt, es ist einfach blöd gelaufen. Oh, ja, sie hat gesagt, ich bin sorry, aber es war, sie braucht nicht zu sagen, ich bin sorry. Wir waren beide sehr hart und ich habe keine Blame auf das. Es war einfach eine Situation, ja, eine Unförtliche Situation. So, ja, sie sagte, natürlich, sie entschuldigte, aber sie hat nicht zu tun.